Oh nein! Dogo? Ich hab's gewusst! Was ist hier los? Es sind Rai-Rai und ihre Schakal-Familie. Schakal-Familie? Tut mir leid, Vater. Das ist meine Schuld. Aber ich weiß, was ich tun muss. Alle Herrhörern haben keine Angst. Ihr könnt der Garde der Löwen helfen, indem ihr euch gegenseitig verteidigt. Kion hat recht. Wenn wir zusammenhalten, kann uns keiner aus dem Schattenland besiegen. Wir müssen die Schakale zusammentreiben und sie zurück ins Schattenland schicken, wo sie hingehören. Uno? Wird erledigt. Fuli! Ich sehe Goi-Goi! Hinter den Elefanten! Du weh sie! Du kannst nicht entkommen, Goi-Goi! Tja, das denkst du! Eshti! Schakal-Junge bei den Giraffen! Das reicht, ihr Sacker! Komm schon! Wo bist du, Rai-Rai? Zu Kasama! Ich hab dich, Dogo! Weißt du was? Ich finde dich gar nicht mehr süß! Na, na, mein Kleiner, es ist schnell vorbei! Lass mich schiefer fallen! Aber Kion, wieso bist du denn so aufgebracht? Du hast mich angelogen, Rai-Rai! Ach nein, haben wir noch etwas falsch gemacht? Diese Regeln im geweihten Land? Spar dir das! Ihr geht zurück ins Schattenland! Und zwar ihr alle! Nur noch eine Chance, mehr brauchen wir denn... Du hast meinen Sohn gehört! Geht! Sofort! Ach, Simba! Das ist nur ein Missverständnis! Also, wie heißt es doch gleich zu Hause? Es ist am schönsten! Los, Kinder! Weg hier! Und wie du meinst, liebe Sie! Oh, oh, oh!